Hallo zusammen, ich bin's Tamini, ich bin 17 Jahre alt, ich mache AGS, ich bin im zweiten Lehrjahr und ich will euch ein bisschen meinen Berufsalltag zeigen. Mit unseren Bewohnern machen wir gerne sportliche Aktivitäten, zum Beispiel auch Motomet fahren, Ski und Barren und so weiter. Beim Ressourcenfördern holen wir gerne die Bewohner hervor, Tisch decken und das sollte ihre Gedächtnisse ein bisschen trainieren, durch alte Erinnerungen hervorbringen und so weiter. Was besonders an unserem Generationenhaus ist, wir haben vier Kitas, wir haben eine Lehrlingsstation, wir haben ein Alterszentrum. Beim Lehrlingsstationen ist speziell, dass wir nur mit Lehrlings arbeiten, die Berufsbildner sind auch immer. Was der Bewerber mitbringen sollte, ist Interesse an der Arbeit, Motivationen, Respekt zu den anderen und Offenheit. So, jetzt haben wir eine kleine Einblick in die Arbeitswelt erhalten, wenn es euch gefallen hat, bewerben wir euch bei uns. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020